Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 12. Ich habe unser Team umgestellt auf ein 4-3-3-System, was ich auch in meiner privaten Liga sozusagen, in meiner privaten Karriere sozusagen spiele. Mittlerweile sind wir nur noch auf dem 9. Platz anzutreffen. Und da dachte ich, wäre doch mal Handlungsbedarf. Das hier ist auf jeden Fall unser neues System. Etwas aggressiver, aber ich habe das Gefühl, dass unser Problem eben nicht darin liegt, dass wir... Also klar, wir verteidigen zu schlecht, aber was ich für unser Hauptproblem halte, sag ich mal, ist, dass wir keine Tore schießen, beziehungsweise nur wenig Tore. Und deswegen würde ich dieses System gerne mal ausprobieren, wo wir ein bisschen mehr Anspielstationen haben. Oh, wir sind aber hier sehr rustikal reingegangen. Sehr schön dazwischen gegangen. Ja, oh, oh, es war hier aber böse, böse. Da kommt sofort die gelbe und das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Mal schauen, ob wir aus dieser Freistoßsituation heraus was... reißen können. Ja, der geht daneben. Schade, schade. Aber ich glaube, die spiele ich das nächste Mal lieber wieder kurz. Da kommen immer ganz interessante Spielsituationen raus. Was ist, wenn die Tastatur so spät reagiert? Und immer denkt, man würde immer noch sonst wo hinlaufen, obwohl sich schon nichts der Spieler geändert hat. Aber ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass man hier schon deutlich offener praktisch kombinieren kann. Gefällt mir schon gut. Scheiße. 1-0 durch Kruse. Was ist das denn? Irgendwie? Ich weiß nicht. Also, ich spiele ja in meiner privaten, sozusagen spiele ich mit der Eintracht in der ersten Liga. Das heißt, die Leute, gegen die ich spiele, sind auch viel, viel stärker als ich. Und so ist das hier eigentlich nicht mitführt. Das ist hier schon einer der stärkeren Vereine der zweiten Liga. Und dann ist hier aber irgendwie einfach kein Durchkommen. Vielleicht bin ich auch einfach mit einer ein bisschen besseren Mannschaft dann eben doch im Verhältnis besser. Praktisch auch, wenn dann die Gegner stärker werden. Damit scheinlich besser klar zu kommen. Jetzt hier auf diesem doch eher niedrigen Niveau. So, jetzt ist Klaus fast durch. Hat dann doch noch gestoppt. Ich glaube, man kann auch sehr, sehr gut mit 4-4-2 und so erfolgreich sein. Aber davon muss man, glaube ich, die Schnelltaktiken ein bisschen besser beherrschen können. Gut, man muss jetzt dazu sagen, ist natürlich jetzt auch schwierig für mein neues Spielsystem. Hier dann direkt das erste Spiel gegen Fortuna zu spielen. Ist ja auch einer der realen Aufsteiger gewesen. Oh, 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 oh. Was, was ist da denn los? Uff. Rost sicher. Aber irgendwie... Was hat das denn? Da hat er in der Taste geirrt. Was ist da denn? Trennt die doch mal vom Ball, verdammt. So, jetzt der Konter. Komm, lauf. Schön. Und der muss sitzen! Ah! Ich weiß noch mal was. Immerhin können wir mittlerweile mal Konter spielen. Aber trotzdem. Sollte ich vielleicht den Ball öfter mal höher rein spielen? Glaubt ihr, dass das erfolgreich wäre? Gebt mir Tipps, Freunde! Auch gerne Tipps zur Verteidigung. Auch da bin ich offen. Für ein neues. Schön gemacht von Mavraj. Sehr sicher. Sehr stark. Da ist es jetzt gerade einfach ein bisschen zu voll gewesen. Auspassen konnte ich auch nicht. Nöte jetzt. Mal eine schöne Grätsche. So sehr mir das wehtut, das einzusehen. Fürstner. Irgendwie kommen auch diese ganzen Fernschüssel nicht mehr rein. Ich weiß noch, mit denen haben wir in den ersten Spielen unheimlich viele Tore gemacht. Einfach immer irgendwelche Fernschüssel drauf gezimmert. Lief eigentlich echt immer ziemlich gut. Lief eigentlich echt immer ziemlich gut. Schön durchgesteckt. Das ist ein böses Faul, wie es im Buche steht, oder? Ja! Direkt reingeklopfen! In der 45. Direkt vor der Pause! Endlich! Da kommt der sehr, sehr hart geschlagene Puls. Und bevor irgendwer reagieren kann, schießt er den direkt drauf. Holy fucking moly! Freunde, ich glaube, das ist mein erstes Tor seit, das weiß ich wie vielen Spielminuten. Ah, Mist. Da hätte ich ein bisschen früher noch sehen sollen, mein Kompagnon, der da stand. Dann wäre es da vielleicht zu noch einem Tor gekommen. Aber Mensch, liebe Freunde. Den Ausgleich noch geschafft. Müssen wir mal schauen, wie es mit den Kräften aussieht. Die sind wieder ein bisschen besser. Wir hätten jetzt mal eine Woche mit nur einem Spiel. Da werde ich wahrscheinlich für Klaus wieder Nährig spielen lassen. Und sonst es erstmal so lassen. Mann, 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 Mann. Das war jetzt die späte Erlösung. Hier regnet sich erstmal ein bisschen ein, finden. Was auch sagen, hier gegen Fortuna zu spielen, ist auch echt eine Kretze für meine Augen. Ich habe Rot-Grün-Schwäche. Deswegen muss ich mich hier ständig total konzentrieren, dass ich die kleinen Hosenscheißer da erkennen kann. So, steht hier sehr frei. Ja, jetzt spielen sie hier doch deutlich sicherer. Vom System her! Ah! Ja, wir kamen da irgendwie so lang gedudelt. Nicht richtig aufs Tor gedrückt bekommen. Kommt mir das so so vor. Da ist Sarara bisher ziemlich blass. Scheint mehr über die linke Seite zu gehen. Als über die rechte. Gefährliche Situation. Direkt nach der Ballannahme vom Ball getrennt. Sonst hätte das ja wahrscheinlich böse ausgesehen für unsere Gegner. Aber man sieht, der Gegner ist zwar im Ballbesitz, aber wir machen den Druck. So, worin aber ja der Gegner, also der Computer auf Profi einfach unheimlich gut ist, ist, äh... hollalala... Gefährliche Situationen praktisch, ohne dass es wirklich eine richtige Chance gibt, äh, heraufzubeschwören. Das finde ich immer ziemlich beeindruckend. An sich ist es gar keine gefährliche Situation, weil der Gegner macht dann so einen Pass und dieser tödliche Pass, daran sind die unheimlich gut schon auf Profi, muss ich sagen. Und natürlich den Ballabschirmen und rumeiern. Das kann man ja irgendwie nur ganz, ganz schwer als, äh, echter Spieler. Weiß auch nicht wieso. Den muss er sicher haben, hat er auch. Schießen jetzt nach vorne, müssen hier mal wieder ein bisschen rauskommen aus unserem eigenen Hälftchen. Warum bleibt er da dann plötzlich stehen? Seht ihr sowas? Verstehe ich nicht. Da ist doch gerade der Ocean, der hätte doch gerade ein bisschen weiterlaufen können. Dann wäre er nicht im Abseits gewesen. Und wir wären durch gewesen. Oh, hier. Schön durchgesetzt von Ocean, gut gekämpft. Natürlich nicht die Position, in der er eigentlich sein sollte. Eigentlich sollte er da vorne irgendwo den Todesschuss receiven. So wie das jetzt NERIC gerade nicht gelungen ist. Jetzt spielen sie hier hinten den Ball rum. Einfach irgendwie viel schneller unsere Gegner, muss ich ja sagen. Das muss man den Filtern ja lassen, äh, den Fortuna-Spielern. Die hierin Verteidiger sind einfach fünfmal so schnell wie unsere Angreifer. Da wollen sie hier anscheinend noch den Sieger zwingen. So spät im Spiel. Gut, dass der nicht reinging. Ich werde jetzt nochmal schnell ein paar frische Spieler reinbringen. Ich denke, es ist ganz wichtig hier, zumindest mal wieder einen Punkt zu kriegen, wisst ihr? Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Deswegen jetzt hier die Auswechslungen auch eher im defensiven Bereich. Kleiner, der ja auch das Tor gemacht hat, übrigens. Großer Held. Wird hier jetzt ausgewechselt. Aber irgendwie passt mir das hier vom Kurzballspiel und so her schon deutlich besser. Das ist einfach ätzend, dass es diese unheimlich schlechte Ballbehandlung, dass es dem Gegner oft gelingt, uns den Ball abzunehmen, eigentlich ohne, dass es wirklich einen Zweikampf gibt. Ja, gut, das kann man als faul sehen. Gelb muss man da nicht geben. Das war ja eher ein Zusammenstoß. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja, ist dann da umgefallen. Unnötig. Aber zum Glück ein sehr, sehr schlechter Freistoß. So, man merkt, beide Teams wollen hier eigentlich noch den Sieg. So richtig zufrieden gegeben hat sich hier noch keiner. Mit dem aktuellen Ergebnis. Das hasse ich auch immer, wenn man den Ball... Oh, der passt nicht fest. Also, in wichtigen Situationen kann man von ausgehen, passt der nie dahin, wo man will, dass er hinpasst. Bitte vorteilweise laufen. Schön. Schön. Jetzt rüber. Und der schießt und der ist drin. Der ist drin. 2 zu 1. 89. Minute. Christopher Nöte. Dreht hier das Spiel zu Ende sozusagen. Wunderbar hier der Konter. Und dann rüber gespielt von Ocean. Für die Götter. Und wenn ich jetzt könnte, liebe Freunde, ich würde meinen Hintern so auf Verteidigung stellen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vielleicht umsonst. Vielleicht kommt ihr ja sogar noch zu einem Tor. Schaut euch das an. Ah, bei Ecke. Und wenn es jetzt Ecke für uns gibt, liebe Freunde, dann war das vielleicht gerade kein Tor. Aber dann war es das doch zeitlich schon ziemlich. Oh. Leider direkt auf den Torhüter. Sonst wäre das auch ein sicherer Ball gewesen. Jetzt könnte der Abpfiff schon kommen. Gab wohl zu viele Unterbrechungen. Jetzt allerdings der Abpfiff, liebe Freunde. 2 zu 1 gewinnen wir dieses Spiel. Beide Mannschaften haben gekämpft. Beide wollten den Sieg. Doch letztendlich hatten wir vielleicht bei diesem Konter auch einfach ein bisschen mehr Glück, Karoslavov, Mavrac und Rost und auch der gute Ocean, der hier die Vorlage zum 2 zu 1 gegeben hat. Freuen sich gemeinsam. Und ich würde sagen, das ist ein guter Einstand gegen einen der Top-Teams hier direkt so einzusteigen mit dem neuen System. Hoffentlich geht das weiter so. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.